Liebe Zuseherinnen und Zuseher, 21. April 2024, es ist jetzt circa, was haben wir, 19.40 Uhr nicht ganz, das heißt wir sehen hier am Himmel hier zwei Wolken, aber sonst nichts, keine Streifen, keine Flugzeuge, keine Chemtrailer. Heute wurde der Flugverkehr offensichtlich komplett eingestellt, hier ist gar nichts mehr zu sehen. Ein Wunder ist geschehen, im Jänner, im Februar, hunderte Flieger, hunderte Überflüge, hunderte Streifen und heute ist der Flugverkehr komplett eingestellt worden, nichts zu sehen, gar nichts, überhaupt nichts. Es ist sehr bemerkenswert, wenn man im Takatuka-Land die Augen öffnet. Ist das da hinten ein Trail? Schauen wir mal, sollte er scharf stellen, was durchaus im Bereich des Möglichen ist. Schauen wir mal, schaut jetzt nicht so aus, der Mond ist auf der anderen Seite, der ist hinter mir. Ja, vielleicht, vielleicht ist das ein Streifen, kann sein, möglich, aber unwahrscheinlich. Aber ansonsten, nix, gar nix. Soweit ist auch gerecht, nix. Na gut, ah ja, da ist er ja, bitte. Wer sagt's denn? Am 25. ist es dann soweit. Ende. 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 Vielen Dank.